Musik Mein Kollege Herbert, noch immer gut gelaunt auf Fehmarn. Ja, und es gibt noch was, damit wir alle die gute Laune bewahren. Der NDR zeigt am kommenden Mittwoch eine tolle Doku, als der Bulli in den Norden kam. Der Bund war ein Begleiter einer ganz wichtigen Phase der jungen Bundesrepublik. Ein typisches Handwerkerauto und ist dann übernommen worden von einer jungen Kultur. Ich habe schon immer gedacht, ich möchte irgendwann so einen Bus haben. Ich steige ein und dann ist Urlaub. Es gibt kein Auto, mit dem so viele Straßen der Welt von Globetrottern gefahren wurden, wie der VW-Bulli. Herbert, sehenswert, oder? Das ist eine sehr interessante Dokumentation, ist eigentlich Pflichtprogramm für jeden Bulli-Fahrer. Gucken wir uns an. Das also nächsten Mittwoch um 21 Uhr und den Link zur Doku findet ihr direkt hier unten auf Facebook bei uns. Gucken wir uns an. Dann fließt die Doku. Macheu, ist obedience ran persist, den Hinweis am máxim Hur Mart